Hallöchen, ihr lieben Zuckerschnutten, herzlich willkommen zu einem neuen Review. Ich freue mich, dass ich wieder eins drehen kann, weil ich ein Bild geschafft habe. Juhu! Und was für ein süßes. Ich habe das Bild gepaintet bei Frosty Drills 2024. Das ist das Bild, was im letzten, oder ja, im Posten, ich sag mal, ich sag mal nicht letzten, weil ich ja nicht weiß, ob noch was gepostet wird. Aber in dem Post, wo ihr eure Bilder, eure fertigen Bilder mit den Anfangsbildern posten solltet für die Verlosung, da war das das Titelbild. Ja, das war mein süßer Fuchs. Der Sleepy Winterfuchs von Karat.art. Er war in der Christmas Surprise Box drin, in meiner auch, in meiner persönlichen. Ich freue mich immer noch total, wenn ich daran denke. Und das war wieder, also, ein göttliches Liegen. Es hat unheimlich, unheimlich, unheimlich super viel Spaß gemacht. Auch weil, trotz, dass es eckige Steine waren, ich bin ja nicht so ein Fan von, aber ich muss euch sagen, ich überlege mir das nochmal. Ich habe ja nun lange keine eckigen gepaintet. Und ich habe zumindest keine eckigen Harzsteine von Karat.art. Und das habe ich jetzt wieder. Und das ist einfach nur göttlich. Es macht so einen Spaß. Es war ja nur kein großes Bild. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass mir das daher viel Spaß gemacht hat. Aber schaut doch mal die Steine an. Wie das funkelt. Hier sind AB-Steine, hier sind AB-Steine. Und hier sind keine AB-Steine. Guckt doch mal. Es funkelt und funkelt und funkelt und funkelt. Und guckt doch mal, wie die liegen. Das ist doch göttlich. Göttlich, Stein an Stein. Ihr habt hier keine Lücken. Und ich habe dann immer so mit der Pinkzette gearbeitet. Da habe ich ja diesmal die benutzt, die hier vorne abgerundet ist. Und das hat super auch geklappt. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich habe immer zwei Steine genommen und habe die gesetzt und habe dazwischen immer ein Feldlücke gelassen. Und habe dann mit dem Stuft eingesetzt. Und das Knacken. Ich liebe das Knacken. Kennt ihr das? Wenn die Steine dann im Schachbott sich einrasten und noch ein bisschen gerade schieben und keine Lücken mehr sind. Es war wieder fantastisch. Ich hatte ja den Wachsglühwein von der lieben Heidi. Und der riecht so gut. Der riecht wirklich nach Glühwein. Ich trinke ja keins, wisst ihr ja. Aber ja, ob nur Glühwein oder Kinderpunsch, das riecht alles gleich. Ich hatte das grüne Schiffchen. Diesmal habe ich sogar außer dem Stift alles schön aus meinem Shop benutzt. Nee, hatte ja nur... Wisst ihr, letztens habe ich noch gejammert beim Kitting-Up, dass ich keinen Fuchs habe. Derweil hatte ich mir schon welche bestellt. Die waren schon längst unterwegs. Die Tierchen. Und als er da ankam, dachte ich auch, bin ich blöde. Naja, egal. So habe ich ja zwei Karameinder benutzt. Weil ich habe die Folie nicht eingeschnitten. Ich habe die Folie gelassen, wie sie ist. Und habe mir halt Stück für Stück die Folie nach oben geklappt. Weil ich habe als allererstes wirklich den Farbton gepaintet. Und habe halt die Folie immer hoch. Und dann habe ich das schwarz. Und ich habe wirklich Farbe für Farbe diesmal gepaintet. Ich habe mit einem Stiftchen gepaintet und Farbe für Farbe. Und das hat echt super geklappt. Und es hat richtig Spaß gemacht. Nachdem habe ich hier dann die Äste gemacht. Dann habe ich die AB Farbe gemacht. Und dann halt Stück für Stück. Dann habe ich den Pott gemacht hier. Und die Öhrchen. Und dann habe ich den großen Pott gemacht. Genau, dann hier. Und dann die beiden. Genau, das habe ich zwischendurch auch mitgemacht. Als ich noch Lust und Laune habe, noch ein paar Steine hinzusetzen. Bevor mir die Augen zugefallen sind abends. Genau, also das habe ich von Carat Art. Wie ihr ja seht. Und vor allen Dingen habe ich das zu dem Event gepaintet. Es ist ja nun vorbei. Das Event. Als ich das Video drehe, habe ich natürlich noch nicht. Weiß ich jetzt nicht, wer gewonnen hat. Das habe ich vorher gedreht. Aber das Event ist jetzt vorbei, wenn ihr das Video seht. Und ich freue mich schon aufs Nächste. Das nächste Event, was ich mitgestalten darf. Wo ich bei YouTube der Pott sein darf. ist Easter Trills 2024 von der lieben Claudian, von der lieben Sarah. Die Label Sarah, die geht dann wieder bei TikTok online. Das hat sie ja, nee, online, live. So wie bei dem Frosted Trills 2024. Ich werde immer wieder Videos hochladen bei YouTube. Immer so Kitting-Ups dazu. Aber das ist vom 1. bis zum 31. März. Und ich habe mir da, was mein Shop angeht, was ausgedacht. Was Kleines, Süßes. Und das kommt. Das kommt vorher natürlich. Jetzt. Demnächst. Bald. Ja, nee. Damit ihr das alle dann noch habt. Wenn die das haben möchten. Es ist kein Bild. Es ist das Zubehör. Aber ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, was ich da noch alles. Das bin ich gerade noch am Ausarbeiten. Aber das kommt in den nächsten Tagen. Und. Das möchte ich noch sagen. Ja, genau. Jetzt im Februar. Mache ich beim Teen-Event mit. Von der lieben Perla. Von. Na. Instagram. Und. Ich verlinke euch mal alles da unten in der Videobeschreibung. Was den Instagram-Account angeht. Und vor allen Dingen auch. Ich glaube bei Facebook. Ich war. Ich habe wieder nicht geguckt. Ich bin der Meinung, sie hat eine Facebook-Gruppe gemacht. Ja. Sollte sie eine gemacht haben. Dann werde ich euch natürlich da hin verlinken. Da unten. Verlinken. Alles. Und dann. Pinten wir. Ein neues Bild. Was ihr. Schon gesehen habt. Das wisst ihr ja. Das Bild habt ihr schon gesehen. Ich wollte es doch noch mal erwähnen. Mein tollen. Schönes Bild. Was meine. Ihre Tochter ausgesucht hat. Aus den zwei Bildern. Sind schöne. Freundliche Farben. Ich werde nebenbei aber noch ein anderes Bild pinten. Und das ist der Schmittling von Carat Art. Den habe ich in rund. Den gibt es aber auch in eckig. Könnt ihr gerne bei Carat Art gucken. Und vergesst nicht. Irgendwo da oben. Stehen. Medizin. Da könnt ihr. 10% sparen. Und mich unterstützen. Genau. So. Und eigentlich. Was steht jetzt noch an? Eigentlich habe ich gar nichts mehr weiter zu sagen. Steine. Steine. Sind alle genug da. Ich hatte ja erst überlegt noch die Winter Kitty zu machen. Aber die hebe ich mir jetzt doch auf. Weil das Winter Event ist. Das Frosted Trace Event ist. Das Winter Event. Hätte jetzt hier eine reingepasst. Ich habe nämlich jetzt schon wieder nachgerückt. Wenn mehrere Dosen eine Farbe waren. Habe ich jetzt schon die. Die leer waren. Hier schon wieder zugeordnet. und da mein Schmetterling, der Butterfly Blue, den ich habe, 25 Farben hat. Passt das nämlich hier noch mit rein. Oh, hier ist auch noch eins leer. Seht ihr? Ha. Da kann ich ja noch eins weiter rücken. Und dann. Hier hat er 25 Farben. Dann kann ich das nämlich dann, wenn es soweit ist, wenn der Koffer. Ich muss ja mal gucken. Dann kann ich nämlich den Koffer dann insgesamt abkitten. Ne, der Duft. Wenn der 25 Farben hat, dann ist das schon. Das geht ja gar nicht. Ich habe ja nur 20. Oh nein. Wartet, ich gucke mal fix. Der hat 25 Farben. Oh, nö. Dann passt der ja doch nicht ja rein. Nö, 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 nö. 2, 4, 6, 8, 9, 9, 9. Hier sind jetzt 20. Oh, schüttet das Duft. Nö, passt der nicht schon rein. Aber, hier passt ein anderes Bild rein. Also den kitte ich noch nicht ab. Äh, dauernd. Das ist nicht. Es bleibt noch so. Ich mag nicht abkitten jetzt. Dann nehme ich einen anderen Koffer von meinem Schmetter. Und gut ist. Die Folie. Ich mache den ganzen. Hier haben wir alles schön. Ich habe, was ich immer mache, ist, dass ich gleich, wenn ich fertig bin mit Pinten, den Wachs aus meinem Stift raus, komplett raus. Weil das, ähm, ja. Jetzt kann ich mir das alles wieder schön wegsortieren. Ja, ich bin auch gerade am überlegen, wie ich mir meinen Wachs noch neu sortiere. Da habe ich auch noch nicht so die ideale Lösung gefunden. Aber wenn ich sie habe und mir da was eingefallen ist, dann werde ich euch das natürlich auch zeigen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht. Bleibt gesund. Schaut gern bei Caratart vorbei. Schaut in meinem Shop gern vorbei. Da würde ich mich natürlich auch freuen. Und danke euch allen, die schon bei mir bestellt haben. Und ansonsten wünsche ich euch nur das Beste. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn es heißt, bei Mellys Paintingen kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.